Steck die verdammte Knarre weg! Angriffen auf Friedenswächteranlagen wird tödliche Gewalt entgegengebracht. Räumen Sie die Straßen. Hilf mir! Bitte! Warum kommt denn niemand zur Vernunft? Oh, Scheiße! Achtung Bürger, ob Randalierer machte tödliche Gewalt. Gehen Sie sofort auseinander. Oh, Gott, bitte nicht! Oh, Scheiße! Oh, Gott! Was soll doch keinem wieder raus? Oder nicht? Oh, Scheiße! Jeder Bürger, der bei beschädigend öffentlichen Eigentums gesehen wird, kann sofort verhaftet werden. Melden Sie jegliche kriminellen Aktivitäten den nächsten Friedenswächter. Wer ist da die Schwachsteller? Oder bei den Tömpfler? Oh, Scheiße! Testieren ist ein Verbrechen. Räumen Sie die Straßen. Hilf mir! Bitte! Testieren ist ein Verbrechen. Räumen Sie die Straßen. Oh, Gott, bitte nicht! Alle Bürger, die nicht verhaftet werden, möchten uns in ihre Wohnungen blockieren. Bleiben Sie ruhig. Es gab einen Sohnfall in Ihrem Bereich. Hilf mir! Bitte! Sehr gut, Brady. So werden Sie sich uns noch mehr Leute anschließen. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Gott, bitte nicht! Schau, 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 schau! In diesem Sektor gab es eine Störung. Bitte bleiben Sie, wo Sie sind und warten Sie auf die Friedenswächter. Sie benötigen womöglich Ihre Hilfe. So, boop, boop. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Schau, 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 schau. Nix mehr zum Sprengen. In diesem Bereich gab es eine Störung. Bitte bleiben Sie, wo Sie sind und warten Sie auf einen Friedenswächter. Bubu, Mint, ich bin hier aufμε now. Bubu! Die Industrie-Sag Eux-Ppa Est autuellen preview Pride. Leider nix mehr zum Sprengen. Wut liegt in der Luft. Bürger von Philadelphia, bitte gehen Sie auseinander und kehren Sie friedlich in Ihre Häuser zurück. Bürger von Philadelphia, bitte gehen Sie an. Bürger von Philadelphia, bitte gehen Sie an. Und wir haben den Punkt überschritten, an dem es kein Zurück mehr gibt. Zu wenige Überlebende, kein Kampfeswille mehr. Unsere Zahlen, unsere Moral vernichtet. Du bist verhaftet. Auf den Boden sofort. Auf den Boden, bitte gehen Sie an. Auf den Boden, bitte gehen Sie an. Du bist verhaftet. Ich habe keine Zuverschritten. Ich weiß nicht, ob Sie sagen. Ich habe keine Zuverschritten. Ich habe keine Zuverschritten. Ich habe keine Zuverschritten. Ich habe keine Zuverschritten. Gehren Sie sofort nach Hause zurück. Oder Sie werden verhaftet. Das ist ein Befehl der KVA. Unterlassen Sie sofort jegliches umgezogenes Verhalten und kehren Sie nach Hause zu halten. Das ist ein Befehl der KVA. Keine Bewegung! Hände über den Kopf! Hey, du da! Sofort auseinander gehen und friedlich nach Hause zurückkehren. Aufstände sind ein Kapitalverbrechen. Du bist verhaftet! Auf den Boden sofort! Keine Bewegung! Sie haben viel ausgesehen. Meine Großmutter, sie hat gewandt, als sie sie zum ersten Mal kamen. Siehst nach Schwierigkeiten aus. Warnung! Randalierer werden mit tödlicher Gewalt auseinander gebracht. Unterlassen Sie die illegalen Aktivitäten und die nach Hause zu halten. Sieht nicht, Jürgen! 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 Also, langsam wird's lächerlich. Wird einfach lächerlich. Die... Es existieren doch noch relativ viele Bugs. Und auch immer... Und wieder. Ich weiß nicht. Klingt riskant. Okay. Bleib locker! Ich helfe erstmal keine mehr. Achtung Bürger! Unterlassen Sie sofort jegliche illegalen Aktivitäten und kehren Sie in Ihre Häuser zurück. Ich helfe keinen mehr erstmal. Warum bist du so nervös? Die Hände hinter den Rücken und umdrehen! Ach, die Musik gezählt nicht. Auf unser Schreien des Familie ist nicht toleriert. Ich würde das in Ihren Rücken machen. Bitte ich euch stark zu bleiben, um in den Rücken zu gehen. Tolle Arbeit, Brady! Das wird den Leuten zeigen, dass wir die KVA besiegen können! Hoch! Seid wachsam! Terroristen könnten sich in diesen Distrikten aufhalten. Bürger von Philadelphia! Bitte gehen Sie auseinander und kehren Sie friedlich in Ihre Häuser zurück. Seid wachsam! Terroristen könnten sich in diesen Distrikten aufhalten. Aktuelle Terroristen-Bedrohungsstufe hoch! Ausmaßliche Terroristen werden bei Sichtkontakt verhaftet. Seid wachsam! Widerstands wird als einseliger Handlung aufheilen und mit extremer Gewalt gestraft. Hm, auf dass das funktioniert hätte ich jetzt nicht erwartet. Aktuelle Terroristen-Bedrohungsstufe hoch! Aktuelle Terroristen-Bedrohungsstufe hoch! helped und mit durchsägt. Willst du einen Moment lang schreit? Die Revolution hat begonnen! Hm, okay! Okay. Erteilte euch, nur vor Ort. Runter, runter auf den Boden. naja sind aber schöner denn da sieht nichts aus ich kann vielleicht auch hier kann ich nicht rausnehmen ja keine Sache mehr hier oh schade da draußen ist was Tollet hier ist ja was drinnen ne hab ich schon Feuer geblendet ok scheiße gehörste zum Widerstand wusste doch dass hier etwas nicht stimmt ja zum Achtung ziviler Störung wird tödlicher Gewalt entgegengesetzt Achtung ziviler Störung wird tödlicher Gewalt entgegengesetzt verdammter Scheiße verdammter Scheiße ich bin autorisiert zurück 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 ok das reicht auf den Boden sofort du kommst mit ich bin nicht da lass mich in Ruhe wir werden dieses Land wiederbeleben ok alle Bürger aufgepasst kehren sie ruhig und ordentlich in ihre Häuser zurück gucken wir uns das an da ist noch so ein schönes Teil hier er ist dahin um wie lang sie mal an die Mission habe ich gehört protestieren ist ein Verbrechen räumen sie die Straßen protestieren ist ein Verbrechen ich habe es nie kennengelernt bevor alles den Bach runter ging ach komm nach zielack ok das reicht auf dem Boden sofort du kommst mit wir waren so überzeugt so verdammt das verunschalten der Pflichte Eigentums und gesellschaftsfeindliches Verhalten werden nicht toleriert diese Zone unterliegt nun den Anti-Feindschaft keine Bewegung händeln wir den Kopf riskiere sie wieder in Haftierung schuldige Abwieder sonst in eurer Fassader da auch zum auch es gab einen schwerwiegenden Terroristische Vorfall in der Zone bitte bleiben sie ruhig und helfen sie Achtung. Möbeln. Das ist nicht hin. E ist das Wort. Nicht, natürlich. Jetzt geht weg. Hör doch. Nix. Nix. Nix, wir brauchen einen Kugel. Es ist auch ein Kugel. Oh, Maust. bleiben sie ruhig terroristische aktivität in diesem bereich ist der wäscher aktivitäten in dieser zonen bitte bleiben sie ruhig und helfen ihren ermittlungsdienst Mh, trug, trug, mach ich doch schon. Okay, hack mir den Scheiß. Ah, ah, okay. Und du erhältst Zugang zu den Schlüsselstützpunkten der KVA im Bezirk. Hey Brady, hier spricht Ned. Gute Arbeit bei der Besorgung der Information über den Distrikt. Jetzt wissen wir, womit wir es zu tun haben. Du siehst die Polizeistation, in der sie meine Jungs festhalten, aber momentan können wir keine Rettungsmission starten, da die Norx die totale Kontrolle haben. Das müssen wir ändern. Wir müssen die Leute auf unsere Seite bringen. Wir brauchen sofort Hilfe! Schauen! 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 Wenn wir sich für uns befinden, haben wir eine Chance, und sobald wir Informationen zu Wort haben, können wir loslegen. Ich muss zum Waffenlager zurück, bevor es noch von irgendeinem Idioten in die Luft gesprengt wird. Aber ich melde mich wieder. Viel Glück, Brady! Okay. Geh zum Haus mit dem Tunneleingang zurück. Von dort aus kannst du das Signal geben und eine Nachricht im ganzen Distrikt ausstrahlen, um die Leute wach zu rütteln. Brady, hier spricht Ned. Es funktioniert. Die Leute stellen sich auf unsere Seite. Mach so weiter, Brady. Wir müssen für Chaos sorgen, damit wir in dieser ganzen Verwirrung meine Jungs retten können. Räumen Sie die Straßen. Brady, hier spricht Burnett. Ich hab gehört, was du und Ned macht. Ihr sorgt hier an Earlston für Unruhen. Denkst du jemals an den Konsequenzen? Menschen werden sterben, Brady. Die KVA macht da keinen Unterschied. Sie werden alles Nötige tun, um den Unruhen zu beenden. Du hast kein Recht, Unschuldige in Gefahr zu bringen. Egal aus welchem Grund. Dazu hast du kein Recht! Brady, hier spricht Ned. Du machst das großartig. Ich habe gehört, dass Doc Burnett mit uns nicht glücklich ist. Aber wir dürfen uns jetzt nicht ablenken lassen. Walker ist zu wichtig. Mach so weiter, Brady. Sobald wir die Norks zu ihren Stützpunkten zurückgedrängt haben, können wir die Polizeistation angreifen und meine Leute retten. Mach einfach weiter! Okay. Achtung, Bürger! Gesellschaftsfeindliches Verhalten wird nicht toleriert. Kehren Sie nach Hause zurück. Was zur Hölle? Ist diese Waffe echt? Nee, krieg. Besteht aus Polyethylen. Du magst nicht glauben. Auf und rüber. Achtung, Bürger! Auf Randalierer machte tödliche Gewalt. Gehen Sie sofort auseinander. Nies die Dinge solange du kannst. Ich reg mich nicht auf. Ich verrenne mich. Achtung, Bürger! Illegale Proteste werden gewaltsam aufgelöst. Räumen Sie sofort die Straße. KVA! Wer nicht die Dinge solange du kannst. No! Scheiß auf sie! Äh, doch nicht. Und... Ordnungswidriges Verhalten wird nicht toleriert. Handstifter werden verhaffelt. Angehängt, die Staturen. Entfernen Sie sich von der Strasse. Ich wiederhole... Entfernen Sie sich von der Strasse... In Ihrem Sektor gab es eine Schöne, die des Wechsels abrunden ist. Terroristische Aktivitäten in dieser Zone. Bitte bleiben Sie ruhig und melden Sie alles Verdächtigen. Oh Gott, nein! Es gab einen schwerwiegenden terroristischen Vorfall in dieser Zone. Bitte bleiben Sie ruhig und helfen Sie allen Lebensrechtern. Das ist ein Befehl der KVA. Unterlassen Sie sofort jegliches ungezogenes Verhalten und kehren Sie nach Hause zurück. Das ist wieder beruhigt. Will ich persönlich hoffen. Dies ist ein Befehl der KVA. Unterlassen Sie sofort jegliches ungezogenes Verhalten und kehren Sie nach Hause zurück. Nö, die suchen ich immer noch. Achtung Bürger! Unterlassen Sie sofort jeglichen illegalen Aktivitäten und kehren Sie in Ihre Häuser zurück. Hier oben ist immer noch ein Radio. Alle Bürger aufgepasst. Versammlungen auf öffentlichen Plätzen sind ein Verbrechen. Illegale Gruppen werden aufgelöst. Jetzt mach ich mal ein bisschen lau. Ordnungswidriges Verhalten wird nicht toleriert. Handstifter werden verhaftet. Schmerz da. Schmerzen Sie nicht in der Drohkerei. Ah! Wo? Schmerz! Woh! Schmerzen Sie nicht! Oh! Ah!! Das ist ein Gemisch! Es gibt eine Störung, bitte bleiben Sie wo Sie sind und warten Sie auf einen Friedenswächter. In diesem Sektor gab es eine Störung. Bitte bleiben Sie wo Sie sind und warten Sie auf die Friedenswächter. Sie benötigen womöglich Ihre Hilfe. Oh, oh, oh. Okay. hallo ich schieße ich schieße sehr gut, Rake so will es sich uns noch mehr Leute anschauen ich schieße 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 das Kane Ich schieße nicht Begeben ich schieße Das ist der Verkäsen Schlünden ab ist er irgendwo im radio stehen ja 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 oh bitte bleiben sie ruhig terroristische aktivität in diesem Bereich bürger von philadelphia bitte gehen sie auseinander und werden die friedlichen ihre häuser zu reichen ich bin hier ich will die traurig noch haben agressionen gegen friedenswächter oder bürger im liaison-programm zählen als verbrechen es erfolgt eine sofortige sperre der rationskarten und eine mögliche aufnahme die höchste zum widerstand wüsste doch dass hier etwas nicht stimmt bleibe sie ruhig es gab eine störung in ihrem bereich friedenswächter sind bereits unterwegs bedeutet nicht einfach nur ein paar nork patrouillen abzugreifen es geht darum eine linie im sand zu ziehen mehr sag ich nicht wir müssen in bewegung bleiben Irgendwann werden sie uns hier... Ach, ja und dann. Es funktioniert! Ja! Wuhu, wir haben es geschafft! Es wird Zeit, Olsten zurückzuerobern! Verzeihung? Brady, hier spricht Burnett. Du musst zu mir in die Klinik kommen. Sie ist auf deiner Karte. Ich will, dass du siehst, was du getan hast. Ich habe nie gesagt, dass ich das tagtäglich machen würde. Ah, jetzt kann ich auch hier wieder zurück. Cool, cool, cool. Soll zur Klinik? Wo bin ich denn gerade? Ich bin da. Oh, das Radio erstmal. Müsste ich so. Wir alle müssen uns auf das vorbereiten, was uns bevorsteht. Seltsam, wohin einem das Leben führt, nicht wahr? Ja? You have here? Da draußen muss jeder Schuss sitzen. Wir müssen da raus. Wir dürfen keine Gnade zeigen. Komm. Ein Visier. Scheiß auf die Nobs! USA! USA! Wir kämpfen für die Zukunft. Scheiß auf die Nobs! Wo kann ich denn meine Jobs nachgucken? Ähm. 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 5 und 5. 5 und 5. Ich darf jetzt noch. Okay. USA! 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 Die Nox verlieren in Amtree gewaltig an Boden. Du spielst dabei eine große Rolle. oder? Wülte Soldaten. Ja, nehm den. Dürre Sieg. Okay, mach mir mal ein paar Fotos. Bist du auch müde? Ne. Geht nach Hause! Geht nach Hause! Geschissene KVA! Was? Geht nach Hause! Geht nach Hause! Das ist doch schon ein bisschen was verändern, so ist es nicht. Freiheit! Freiheit! Jetzt geht's los! Wir müssen es tun! Hör los! Ja! Achtung Bürger! Illegale Prozesse werden gemeinsam aufgelöst. Räumen Sie sofort die Straßen! Schloss! Das muss aufhören! Apex raus! Guck schon! Seid ihr motiviert? Guck schon! Seid ihr motiviert? Guck schon! Eines der vielen Dinge, die ich an Benorg so hasse, ist ihr Verhalten gegenüber unseren Kranken und Verwundeten. Guck schon! Im besten Fall ist es ein Neger. Im schlimmsten Fall. Guck schon! Guck schon! Guck schon! Guck! 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 Drabun kehrt! Herr Wolfmann-Korosberatker! Drabun kehrt! Brunnen, der Tatpraxis. Die Ex- eine gew spermatWeil, wir之前 Säper67-Abfl advisor. was besprochen wird. Ich glaube... Aktuelle Terroristik für Drogstufe hoch. Arme, Bürger! Auf Randalierer warte tödliche Gewalt. Gehen sie sofort auseinander. Friedenswächter werden jeden verhaften, der bei beschädigten öffentlichen Eigentums gesehen wird. Sie haben gewahrt. Schau, Schau, Schau! Schau, 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 Schau! Schau, 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 Schau! Sie haben zum Überblick! Schau. 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 Sie wissen, Sie leben sieht nicht aufyou. Ruh! Seid ihr nicht anbehaftet, wir brauchen uns. Könnt's nicht. Könnt ihr euch! Okay. Hat nicht so ganz funktioniert wie ich es rein zufällig vorgestellt hab. Naja, passieren. Ich glaube immer raus. Hm. Hat jemand die Pläne von Tunnel 12 gesehen? Bisschen Kamiererwertsachen. Ich möchte euch von Detroit Alpha erzählen. Oder der Bricktown Mafia. Widerstands am ganzen Land. Die KVA hat schlicht und einfach Angst vor ihnen. Und das sollte sie auch sein. Letzten Sommer beschloss die Bricktown Mafia ein Zeichen zu setzen. Sie schickten ein Team aus 10 Mann zur Bisschen-Pilizei-Stadt in der KVA. Sie haben alle Ausgänge versperrt und die Eingangshalle mit einem gepanzerten LKW... Der Drohnenkontrollturm in Hurston kontrolliert die gesamte NORG KI vor Ort. Wenn wir ihn das nehmen, verringern wir die Effektivität ihrer automatisierten Wachen drastisch. Seid wachsam. Terroristen könnten sich in diesem Distrikt aufhalten. Aktuelle Terroristen-Bedrohungsstufe hoch. Es wird jeder verhaftet, der öffentliches Eigentum beschädigt oder eine Emission anschlachtet. Sie wollen sie gewarnt. Hey, du da! Aktuelle Terroristen-Bedrohungsstufe hoch. Ich hab'n Herz entfacht. Mensch, du Idiot! Steck das weg! Der Grandalierer machte tödliche Gewalt. Gehen Sie sofort auseinander! Hey, Mutter! Du bist verhaftet! Auf den Boden sofort! Das ist die letzte Warnung! Ich werde schießen! Abfall mit den Restreiten-Bedrohungsstufe hoch. Entfacht! 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 地en-Bedrohungsstufe hoch. Er ist eine Prophe umzureen автомобilie. Entfacht! 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 Ich bin jetzt weil wir es aber auf den Boden bevorzugten. Entfacht! Ich habe mich gefühlt, dass sie mehr ausschalten. Ich habe mich gefühlt. Was ist das? hier muss ich mal deaktivieren oder auch nicht ja nicht da, vorne ich bin autorisiert tödliche Gewalt einzusetzen hoch und hoch oh nein oh nein, auch noch hecken es war eine großartige leistung diesen drohnenturm zu erobern das sollte ein schwerer schlag für die automatisierten einheiten der kva sein feli alpha shonys spricht verstanden, wo? wir haben tonys zelle gefunden eric? alle? wie? sieht wie ein goliath aus verstanden alpha ender ja, juhu wirklich nicht wie ich das auswählen kann kommt schon na los, kommt schon, jetzt gehts los kommt schon jetzt gehts los gebt uns unsere kinder zurück hey scheiß auf die schulden scheiß auf die schulden wir hätten das verdammt noch mal schaffen oh Gott, wie ich waffenhasse guck mal, dann kann der ente zwei bei oder laserpoint laserpointer laserpointer ein größeres das war's eigentlich, ne? wir können jeden Augenblick zurück sein wir sind verrissen USA ich kann nicht an die Leute denken, die ich getötet habe wir kämpfen für das, was uns gehört wir kämpfen für das, was uns gehört komm schon jetzt gehts los also, wenn ich jetzt reinziehe heute so immer mit der ruhe los verschwinde von hier alle ruhig bleiben und runter von der Straße scheiße runter, runter auf den Boden alle ruhig bleiben und runter von der Straße ok, ok, ok na 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 oh es gibt eine soldatin die durch die skyline unserer verletzten stadt sie ist eine legende unter ihren leuten eine ikone der stärke und entschlossenheit jeder bürger der öffentliches eigentum beschädigt wird vor ort verhaftet brady, in deiner nähe gibt es ein verlassenes appartementhaus der widerstand könnte es als unterschlupf nutzen fände einen weg hinein und sieh nach ob es geeignet ist wir haben ein problem new orleans alpha und pittsburg alpha haben seit wochen kein lebenszeichen von sich gegeben wir schicken spähe um das zu untersuchen wir rufen bald im ernst ich hab genug von diesem scheiß aktuelle terroristen bedrohungsstufe hoch USA kommt schon aktuelle terroristen bedrohungsstufe hoch das da soll es wahrscheinlich sein da soll es wahrscheinlich sein da soll es wahrscheinlich sein er ist irgendwie bewacht Geht nach Hause! 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 Alle Bürger, die nicht verhaftet werden möchten, sollten sofort in ihre Wohnungen zurückkehren. Geht nach Hause! 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 Was ist das? verzeihung seht ihr diese nörks da drüben an kommt mir das kotze sind doch gar keiner überlegen sich zweimal das ist cool runter ok da sind noch wiedergang radio fällt mir die die angriffen auf die anlagen wird tödliche gewalt entgegen die nörks haben alle dieselbe stimme wenn sie mit zivilisten reden dieses vertraute roboterartige aggressive dröhnen aus ihren masken das automatisch in echtzeit übersetzt wird alle anstifter werden ausnahmslos verhaftet kehren sie nach hause zurück wenn sie nicht verhaftet werden wollen komm ich hier hier kommt nicht raus in letzter zeit wenn die strecke diese angreifer niederherr zusammen schaffen wir dort setzt sich das schon raus ja sehr groß sie 19 20 30 20 20 20 20 20 an 20 20 20 20 20 Oh, Scheiße! Lauf! Lauf! Was? Achterung, Bürger! Das Anfache von Verbrechen ist ein Kapitalverbrechen. Du bist auf dem Barsch. Auf den Barsch. Ist das eine? Irgendjemand? Irgendjemand? Ja, ich bin. Mit tödlicher Gewalt auseinander. Tobi-Chili-Panda! Aktuelle Terrorist-Bedrohungsstufe... Was ist denn ein Gorilla-Werkzeug? Nein, 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 nein! Seid... Ah... Was? Bringt den direkt schon... Ah, aber da komm ich gar nicht rinnen! Noch mal! Was? Nein! Alles! Was? Was ist das? Das war's für mich. Ich bin der Mann! Ich bin der Mann! Ich bin der Mann! Ich bin der Mann! Das ist ein Mann! So richtig glücklich? Das Sperrgebiet. Unsere eigene Gefängnisstand. Die Norgs mit ihrer gewohnt sadistischen Schadenfreude haben alle unsere großen Denker, Aktivisten und Künstler gemeinsam... ...gesperrt. Sie haben wohl gedacht, damit sei das erledigt. Sie würden von den gefährlichsten Leuten, die Philly zu bieten hat, in Stücke gerissen werden. Aber das ist nicht passiert. Die Aktivisten und Denker waren viel stärker, als sie erwarteten. Und inzwischen sind verblüffende... ...kriminellen und kampfbereiten Denkern entstanden. Wenn wir ihnen helfen könnten, zu entkommen, wären sie eine mächtige und etwas Furchteinflößende. Ich sehe sie nicht mehr, geht zur Deckung! Für den. Okay, verstanden. Ich warte immer im Kampf stammen. Ich will da nicht hin. Schluss mit dem Scheiß. KVA raus! Ja, laut. In dem Fachzeug gibt es aber glaube ich keine, ähm, Schwachstellen, ne? Gut. Ich muss glaube ich erstmal eine Aufnahmepause machen, das kann doch nicht sein, ey. Okay, ich mache eine Aufnahmepause, wir sind in der nächsten Aufnahmephase, wie auch immer, mit Ö oder so.